Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Weotair. Heute sind wir zusammen mit Juli unterwegs, das ganze auf der Karte Highway und Juli sitzt auf seinem Route 251. Man schreibt gerade in jedem Game 3 Ortis. Fährt auf alle Fälle gleich erstmal eine aggressive Runde. Vom Team her sind sie eigentlich relativ ausgeglichen. Kann man halt schwer sagen, weil einige nicht angezeigt werden. So und dann kommt die EWR schon hier unten wieder hoch gejodelt. Antenne 41 ist auch offen. So. 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 So, so. Schuss angekommen. Schuss angekommen. Schuss angekommen. Schuss angekommen. Schuss angekommen. Und da kann er die Torthöße eigentlich schön abfahren. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie böse erwischt. Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre Panzerung! So, da gab es noch mal einen Treffer. So, da gab es noch mal einen Treffer. So, da gab es noch mal einen Treffer. So, und da sind die ganzen Arties. Also da Artie raus. So, dritte Artie raus. So, dritte Artie raus. So, dritte Artie raus. So, und da war das ein schöner Sieg. 2-2 gespottet und 3 selber gemacht. Also kann man nicht meckern. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unseren Juli auf seinem Route 251 auf Highway. Die Panzersrunde, Wirkungsfeuer, Speer, Schläger. Was ist das? Baskutschi-Medaille und die Wachposten-Medaille. 3029 Schaden gemacht. 3164 ermöglicht. 3 Kills. Schöne Runde, muss man sagen. 33.000 plus 4 Anleihen dafür erhalten. Kann man nicht meckern. Das Ganze in 7 Minuten. Also normale Runde für WOT. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal.